Er braucht der Helle noch mal klar einen kriegerischen Akt, den wir, nicht einfach und nicht nachgedrehen, belassen können. Was ist mein wahres Los? Um mich zu töten, hat er dich hierher bestellt. Führe mich zum Bluteiltern. Paradox des Friedens ist, dass er erobert werden muss mit Kriegsgewand. Denn was ist Krieg? Eine Serie Katastrophen auf dem Weg zum Sieg. Die Freiheiten und Werte, die Errungenschaften, wollen wir von einer schlimmen Drohne retten, die auf der Respektung sind, mit Sturm und Stil. Der Dank gilt allen Bürgern Trojers, die das Heer willkommen hießen und die spontan bei Befreiung der eigenen Stadt froh mitwirften. Hey, KW. Der ist nicht mehr. Bin deine Tochter nicht, nur Mutter deines Enkels. Hätte ich nicht auf Verzweiflung ebenso ein Recht wie du? Du? Du warst schon Königin? Ich werde es niemals sein. Doch wer weiß uns ein Mittel, das uns hilft, die arme Menschheit gegen Helena zu schützen? Ich bin nicht mehr die, die ich war. Ich bin wie ihr. Trojanerin. Besiegt und elend. Ohne Wert. Als Türnachs. Den will man von den Mauern werfen. Von den Türmen. Man schwört uns, dass aus Wut kein neues Streben wächst und dass aus Bitterkeit kein mehr Lebensmut sich schürft. Wer solches spricht, hat nie ein Kind durch Mord verloren. Die Macht von Jahren muss er hassen. Man trifft ihn kein Weiß. Geht ihr nächstes Mal? 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 Untertitelung des ZDF, 2020